hallo hier leute hier ist sachsen und ich bin wieder da für kloids informationen das ist ich habe fertig aufgenommen borderline 2 heute also nächste woche mittwoch kommt die letzte folge also übernächste woche weiß nicht was kommt darauf könnt ihr schreiben was soll ich nächstes let's play vorschläge ich belege was kann ich mir vorstelle ich könnte ich machen dann mache ich und der fall kommt noch mal wie weiter aber nicht so samstag samstag will ich michael machen michael kommt für samstag zwei folgen um 18 um 20 uhr ja und er soll mir sagen was soll ich ob soll mir einzig spieler modus gehen machen spielen also aufnehmen oder multiplayer aber multiplayer kann ich machen so das kann ich mit euch spielen aber ich mache so nicht nur eine person kann ich machen ich werde eventuell machen drei personen kann reingehen aber mit password und so weiter und ja das war theoretisch und immer wenn jemand lade ich ein der wird password wissen dann werde immer den server stoppen wenn ich werde nur ich verwende den server nur zu aufnehmen ja leute das war's für mein ich bin entspannt auf eure kommentare und wir sehen uns nächsten let's play tschüss